Erhöhung der EM-Rente im Jahr 2024. Muss ich da extra einen Antrag stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ungefähr 2 bis 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner werden sich im Jahr 2024 richtig freuen, dass sie einen Zuschlag, einen Extrazuschlag an EM-Rente erhalten werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, müssen die irgendwas dafür tun? Müssen die einen Antrag stellen? Nein, meine Damen und Herren, sie müssen keinen Extraantrag stellen. Der Gesetzgeber hat in den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften nichts dazu reingeschrieben. Das heißt also, dieser Extrazuschlag an EM-Rente bis 7,5% muss definitiv nicht beantragt werden. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung wird oder die Rentenversicherungsträger werden hier von Amts wegen ermitteln. Das heißt also, sie werden die Leute aus den Beständen rausfischen und werden dann die entsprechenden Bescheide erlassen und ihnen dann auch die Bescheide zusenden. Sollten sie aber nicht mit dabei sein und sie meinen, sie haben einen solchen Anspruch auf diesen Extrazuschlag, dann bitte spätestens im August oder September 2024 bei der Rentenversicherung anfragen und dort gegebenenfalls einen entsprechenden Antrag auf den Erhöhungszuschlag stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.